Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen auch gleichzeitig im Chaos, denn ich bin gerade dabei meine ganzen alten Shop-Sachen zu verpacken und durchzuziehen. Ich versuche das jetzt alles ins Wohnzimmer irgendwie zu sortieren und dann kommt das alles morgen ins Hegius Klinikum Buch in die Station der krebskranken Kinder. Ich mache ja jedes Jahr so eine Aktion, ich hatte letztens ja eine ganz, ganz große, wunderschöne Superheldenparty, wo übrigens auch die Agentur Prinzessin für dich dabei war. Und das Ganze haben wir jetzt schon seit Juni geplant und morgen ist es wieder soweit, morgen gibt es wieder eine Superheldenparty fürs Klinikum Buch. Ich wollte diesmal einfach mal alles, was ich in meinem Shop hatte, da sind so tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel für Babys solche Löffelchen in Fliegerform, habe ich noch so viele übrig. Ganz, ganz viele Nachtlichter, ganz, ganz niedlichen Fuchs, davon habe ich noch richtig, richtig viele übrig gehabt. Und das kommt alles gesammelt morgen ins Klinikum Buch, ich muss aber erstmal alles sortieren. Dann hat Sven für mich Beutelchen bedruckt, da liegen sie, ganz, ganz einfache weiße Beutelchen mit Be Stronger drauf und in diese Beutel packe ich dann auch nochmal ganz tolle Sachen rein. Und der Rest, der wird dort alles beim Klinikum Buch eingelagert und wenn die meistens ihre letzte Chemotherapie haben, bekommen die zum Beispiel Geschenke oder wenn sie Geburtstag haben, bekommen sie dann Geschenke vom Klinikum. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber einige können sich bestimmt noch daran erinnern, ich hatte eigentlich genau vor einem Jahr, glaube ich, meinen Online-Shop eröffnet gehabt, der hieß Melia. Dann habe ich halt diese ganzen Sachen da verkauft und ich habe das alles oben ganz alleine gemacht, ich habe oben mich hingesetzt, habe alles alleine verpackt und verschickt. Leider kam dann die Weihnachtszeit und dann wurde mir das alles viel zu viel, ich bin einfach nicht mehr hinterher gekommen, weil ich halt jetzt einen Online-Shop alleine machen ist halt eben echt sehr, sehr viel Arbeit. Und danach kam die Trennung, ich wollte den eigentlich im Januar wieder aufmachen. Dann kam aber wie gesagt die Trennung und seitdem liegt das ganze Zeug einfach da oben und es wäre einfach schade, das alles wegzuwerfen, deswegen kommt das jetzt alles ins Krankenhaus. Da könnt ihr das ganze Ausmaß des Chaoses mal sehen. Ja, nach dem Online-Shop wurde es einfach nur noch als Abstellkammer genutzt und ich habe einfach alles nur noch reingefeuert. Jetzt sieht es natürlich noch unordentlicher aus, weil ich gerade alle Kartons aufreiße. Ich hatte hier so viele Kartons, die hatte ich noch nicht mal aufgemacht, also ist die Ware frisch angekommen. Und dann hatte ich ja meinen Shop zugemacht, wie zum Beispiel dieses Regal mit den Wolken drin. Ich habe auch überlegt, dass ich ein paar Sachen wegstelle, die ich dann einfach an euch verlose, weil da sind echt schöne Sachen dabei. Und ich glaube mit so einem Wolkenregal kann man im Klinikum nichts wirklich anfangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das da wirklich aufhängen darf. Deswegen werde ich solche Sachen an euch verlosen und an Freunde verschenken. Ich werde sowas auch mitnehmen. Ihr wisst es ja noch gar nicht, oder? Nähere Infos später im Video. Ich muss mich jetzt mal auf diese eine Sache hier konzentrieren. Bin so schon außer Atem, es ist einfach so unfassbar viel. Kurzer Zwischenstand, meine Lieben. Dieser Berg ist inzwischen entstanden. Wir haben es jetzt schon am späten Nachmittag. Es ist so unfassbar viel geworden. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir haben jetzt Tag 2. Ich habe gestern einfach um, weil ich mehr weiter drehen wollte. Einen wunderschönen Tag. Teig machen. Teig machen? Für Kuchen? Morgen. Okay, müssen wir mal gucken. Mit meinem Morgen Kuchen mit Teig. Hätte ich auch Bock drauf, wenn ich gucke. Mein Kuchen mit Teig mit einem Pferd. Zusammen mit Princess Dreams haben wir auch vor kurzem ein Kleid versteigert. Das Geld ging auch komplett an Colibri. Ich glaube, es sind über 300 Euro zusammengekommen. Ich habe es dann nochmal auf 1000 Euro aufgerundet. Und davon wurde auch schon die erste Sache gekauft. Und zwar ein Barbiehaus, was sich ein Mädchen gewünscht hat. Genau, an dieser Stelle möchte ich auch gleich nochmal mich bedanken an, wie gesagt, Princess Dreams. An Hello Buddy, das Paket kommt heute auch noch an. Es müssen auch noch einfach die ganzen Tüten verteilt werden. Da haben sie auch mal ganz tolle Produkte zugeschickt. Ich glaube, zweimal 30 Produkte. Dann auch noch vielen lieben Dank an die Agentur Prinzessin für dich. Die kommt nämlich heute auch und bringt ein paar Prinzessinnen und ein Spider-Man mit. Und dann haben wir noch Kunterbunt. Die sorgt für Schminke und Glitzer-Tattoos für die Kinder. Dann haben wir noch Tortini. Die macht mir eine Riesentorte. Auch vielen lieben Dank dafür. Auch einen lieben Dank an Isabel Buddy hat nämlich auch ein Riesenpaket an Spielsachen zugeschickt. Mit Holzspielsachen und so ein Regenmacher für kleine Kinder, Knete, Wachsmalstifte. Ist auch alles was dabei. Da könnt ihr auch mal in die Infobox gucken. Die hat auch einen Rabattcode für euch. Damit könnt ihr 30% bei ihr im Shop sparen. Mit dem Code Anne Wünsche. Anne Wünsche auseinander geschrieben. Also im Leerzeichen drin. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Natürlich auch danke an meine Mama. Die hat nämlich mir mitgeholfen beim Verpacken. Ich glaube, ich habe jetzt alle, oder? Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja, ich mache mich jetzt gleich fertig und dann habe ich ja für euch noch eine ganz, ganz coole Info. Also sorry, dass es wieder kein richtiger Vlog geworden ist, sondern eher so ein Infovideo. Ich stelle mal die Kamera hin. Aber ich habe so viel zu erzählen. Unter anderem halt, wie gesagt, diese Spendenaktion, die ich ja jetzt noch mache. Dann gibt es noch eine Info, von der werdet ihr jetzt auch schon demnächst etwas mitbekommen. Es wird jetzt demnächst eine neue Serie auf YouTube geben. Also jetzt nicht Serie, wie ihr sie jetzt hier aus dem Fernsehen kennt, sondern es gibt ein bestimmtes Thema, was sich jetzt über anderthalb Monate, denke ich, mal hinziehen wird. Und ich muss es einfach sagen, sonst drehe ich mich hier im Kreis rum. Wir ziehen um. Ja, wir ziehen aus diesem wunderschönen Traumhaus aus und ziehen um. Wohin und wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr dann in Folge 1 meiner Serie. Es gibt dazu extra ein richtig geiles Intro, was gerade geschnitten wird. Mega geil. Diese Idee habe ich von Isabeau bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Sie meinte nämlich, Anne, wenn du umziehst, musst du unbedingt eine eigene Serie daraus machen, weil es so viele Menschen interessiert. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist das allererste Mal, dass ich so krasse Serie dann daraus mache. Ich bin ja schon so oft umgezogen. Aber ich kann hier halt einfach nicht bleiben. Ja, aber wie gesagt, wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch in Folge 1, die auch noch diese Woche online kommen wird. Ich denke mal am Sonntag. Ich lehme mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich denke mal Sonntag 12 Uhr kommt dann das erste Video dazu online. Keine Sorge, jetzt werden trotzdem weiterhin ganz normale Vlogs kommen. Aber alles, was zum Thema Umzug ist, heißt, wenn wir uns neue Möbel angucken, irgendwelche bestellen, wenn wir irgendetwas planen, weil da muss ja auch noch renoviert werden, dann nehmen wir euch halt dahin mit und drehen das halt in diesen Folgen ab. Und hier gibt es dann auch extra eine Playlist. Das heißt, ihr findet dann alle Videos untereinander. Aber diese ganzen anderen Videos, also ganz normale Alltag, die drehen wir natürlich trotzdem ab. Oder wenn ich Adventskalender jetzt so anfange auszupacken, dann drehen wir das auch natürlich ganz normal ab. Also neben dieser Serie finden trotzdem noch diese ganz normalen Videos statt. Das war es jetzt eigentlich an Infos. Jetzt warten wir auf den Fahrer, dann werden die ganzen Pakete eingeladen. Und dann geht es auch eigentlich schon los. Ich bin müde. Ja, bis nachher. Ich wollte noch irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen. Also bis nachher. Mensch, so ein Stress. Also die Sachen wurden gerade alle abgeholt. Ich habe vergessen zu filmen. Die Kinder wurden auch gerade abgeholt. Und es kam sogar noch rechtzeitig. Gerade als wir alles eingeliefert haben, kam noch Hello Buddy an. Wir haben jetzt, kann ich euch gar nicht mehr zeigen, weil wir haben alles eingepackt. Einmal so Lip Balm haben sie uns gespendet. Und Reinigungsschaum. Übrigens mein Lieblingsreinigungsschaum. Und dann von den Kevin, den Lieblingsfloristen. Da gab es nochmal künstliche Blumen, künstliche Rosen mit Be Stronger drauf. Hat auch nochmal für jedes Kind eins. Die Reste nehme ich jetzt gleich alle noch mit. Die können dann den Kindern gegeben werden. Oder der Mama. Oder den Geschwistern. Also wird alles gründlich verteilt. Ich mache mich jetzt fertig. Ich schwitze schon wieder wie Sau. Und dann fahren wir auch los. Wir sind jetzt gerade am Krankenhaus angekommen. Wir haben schon die ganzen Geschenke aufgenagert. Die Torte ist da. Die Prinzessin sind auch schon da. Es ist leider noch viel zu viel geworden. Wir haben jetzt nur zwei Dinge vorgekriegt. Zwei solche Wegen. Und der Rest wird erstmal eingelagert. Und wird dann nach und nach immer wieder verteilt. Die sind aufgeregt. Aber wie. Aber drinnen werde ich halt wieder nur Schnittbilder machen. Weil ich das mal ein bisschen unangenehm finde. Und unpassend da offensichtlich zu filmen. Ich finde das macht man nicht. Deswegen wie beim letzten Jahr. Ich mache nur Schnittbilder. Ich mache nur Schnittbilder. Wieder zu Hause. Kinder längst im Bett. Abendbrot gegessen haben wir auch schon. Wir sind Knülle und durch. Mutti sitzt noch da am Schreibtisch. Und macht noch die restlichen Pakete für Mami Kreisel. Was soll ich sagen? Der Tag ist einfach mega gelungen. Aber dafür sind wir jetzt natürlich mega im Arsch. Ich werde jetzt auch nichts weiter machen. Ich werde das Video jetzt auch beenden. Und dann direkt ins Bett gehen. Und es dann erst morgen schneiden. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag oder Nacht. Je nachdem wann ihr das Video seht. So läuft das übrigens ab. Sobald ich mich irgendwo hinlege. Stellt euch mal vor. Ich hatte 400. Das war nicht anders. Alle auf mich rufgesprungen. Nee, nee. Ja. Also wie gesagt. Ich werde das Video jetzt beenden. Ich habe euch ganz lieb. Und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Wünsche. Bye, bye. Musik moments Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020